Ja moin, hier ist wieder Olli, der Bogenfreund. Heute mit einer besonderen Premium-Zülle aus unserem Sortiment, der Slingshot Spaceship. Warum Spaceship? Naja, ganz einfach. Wenn ich diesen Frame zusammenklappe und ihn mir mal so anschaue, sieht er aus wie ein Raumschiff, oder? Ziemlich spacig finde ich sie. Naja, sorry für den Namen, aber mir fiel jetzt irgendwie auch nichts anderes sein. So, aber innovativ und cool ist sie, weil neben dem klassischen Klemm-Mechanismus, der hier sehr edel umgesetzt ist, mit dieser Messing-Farm-Inbusschraube, ist hier einfach diese Einfachheit des Auf- und Zuklappens. Einfach zack, fertig und reinklappen. Geht hier auch einfach ganz schnell, ohne dass ich hier innen drinne, wie man das von so arretierbaren Messer kennt, dass man hier nochmal so ein Splint oder irgendwas zur Seite drücken muss, reicht hier einfach ein bisschen mehr Druck und schon kann man das Ding zusammenklappen. Schöner ist das für den Transport, dass Banzeltgummi auch an der Zwille dranbleiben kann. Könnte man jetzt irgendwie so einwickeln und in die Tasche packen. Oder, 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 oder ihr baut es einfach ab. Anders sieht es aus mit dem mitgelieferten Visier. Ich spare mir jetzt das Fixieren. Ich zeige nur einmal, wie es aussieht. Wenn dieses Visier hier natürlich eingesteckt ist, dann ist klar, dann kann ich diese Wurfgabel nicht mehr einklappen. Das heißt, das Visier muss ich immer wieder abnehmen. Aber trotz allem finde ich ein gelungenes Konzept für eine Pfalzfille. Und ja, gibt es bei uns im Shop. Das war es auch schon. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Grüße.